Die Bände der Wahrheit Die Trompete Gottes Trumpet Call of God Das sagt der Herr, Geliebte, dieses Wort, ja jeder Band und jeder Brief, ist das Wort meiner Herrlichkeit, welches ich noch einmal hervorgebracht habe. Ein Zeugnis meiner Liebe und Aufopferung, die Ankündigung meines Kommens, eine Verkündigung der Wahrheit, die Offenbarung dessen, wer ich wirklich bin. Der Trompetenruf Gottes, damit all jene, die gerufen und erwählt sind, hören mögen und zu mir kommen in ihrer passenden Zeit und Saison. Schaut, es ist auch eine starke Korrektur für all jene, die meinen Namen und mein Wort für sich genommen haben, um es zu beschmutzen. Denn dieses Wort ist ein wehendes Banner, eine Flagge für alle Nationen, eine Trompete von Alarm und Krieg, der Klang von Vergeltung und Urteil, welches in Kürze über jede Nation fallen wird. Denn ich bin, wer ich bin, der einzig Hervorgebrachte des Vaters, der einzig wahre Gott und Erlöser, der Maschiach. Jahoshua, jachwe. Ich bin, wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin. Ich bin, wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin. Ich bin, wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin. Ich bin, wer ich bin. Ich bin, wer ich bin. Vielen Dank.